Das macht einen guten Klapp noch. Ja, das ist nur noch krass zu machen. Ich hoffe, ich habe vor allem die Akustikbeine. Wenn die raus hier ist, dann hier. Viel mehr noch. Ach doch. Ich habe nämlich Infrarot-Dioden. Oh ja, ich bin ein bisschen grün, aber das ist jetzt nicht sehr. Oh ja, ich bin ein bisschen grün. Oh ja, ich bin ein bisschen grün. Ich bin ein bisschen grün. Ich bin ein bisschen grün. Der Trepp macht sich gut.